Der Prophet Micha, das erste Kapitel. Dies ist das Wort des Herrn, welches geschah zu Micha, von Maresa, zur Zeit Jothams, Ahas, Jehiskias, der Könige Judas, das er gesehen hat über Samaria und Jerusalem. Hört alle Völker, merke auf Land und alles, was drinnen ist. Denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden, ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel. Denn siehe, der Herr wird ausgehen aus seinem Ort und herabfahren und treten auf die Höhen im Lande. Dass die Berge unter ihm schmelzen und die Täler reißen werden, gleich wie Wachs vor dem Feuer verschmilzet, wie die Wasser so unterwärts fließen. Das alles um der Übertretung Willen Jakobs und um der Sünde Willen des Hauses Israel. Welches ist aber die Übertretung Jakobs? Ist's nicht Samaria? Welches sind aber die Höhen Judas? Ist's nicht Jerusalem? Und ich will Samaria zum Steinhaufen im Felde machen, die man um die Weinberge legt und will ihre Steine ins Tal schleifen und zugrunde einbrechen. Alle ihre Götzen sollen zerbrochen und all ihr Hurenlohn soll mit Feuer verbrannt werden. Und will alle ihre Bilder verwüsten, denn sie sind von Hurenlohn versammelt und sollen auch wieder Hurenlohn werden. Darüber muss ich klagen und heulen. Ich muss beraubt und bloß dahergehen. Ich muss klagen wie die Drachen und trauern wie die Straußen. Denn ihrer Plage ist kein Rat, die bis nach Juda kommen und bis an meines Volkstore gen Jerusalem hinanreichen wird. Verkündiget es ja nicht zu Gav. Lasst euch nicht hören weinen, sondern geht in die Trauerkammer und sitzet in die Asche. Du schöne Stadt, muss dahin mit allen Schanden. Die Einwohnerin Zainanz wird nicht ausziehen um des Leideswillen des nächsten Hauses. Er wird's von euch nehmen, wenn er da sich lagern wird. Die betrübte Stadt vermag sich nicht zu trösten, denn es wird das Unglück vom Herrn kommen, auch bis an das Tor Jerusalems. Du Stadt Lachis, spanne Läufe an und fahre davon, denn du bist der Tochter Zion der Anfang zur Sünde. Und in dir sind Funden, die Übertretungen Israels. Du wirst müssen Gefangene geben, sowohl als Gav. Der Stadt Achseb wird's mit den Königen Israels fehlen. Ich will dir, Marese, den rechten Erben bringen. Und die Herrlichkeit Israels soll kommen bis Gen-Adulam. Lass die Haare abscheren und gehe kahl über deine zarten Kinder. Mache dich gar kahl wie ein Adler. Denn sie sind von dir gefangen, weggeführt.